1.000 Unterstützer, knapp 65.000 Euro und 13 erfolgreich umgesetzte Projekte. So lautet die Bilanz aus einem Jahr Jena Crowd. Im Mai 2019 startete die Online-Plattform der Stadtwerke Jena ihren Erfolgskurs und hilft seitdem Vereinen und Initiativen, Geld für ihre Vorhaben zu sammeln. Wir unterstützen als Stadtwerke Jena lange schon Vereine und Initiativen und Crowdfunding als Idee bietet ja die Möglichkeit, noch mehr Unterstützer an Bord zu holen. Daher haben wir diese Jena Crowd ins Leben gerufen. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Je mehr mitmachen, desto mehr gibt es auch aus dem Fördertopf der Stadtwerke Jena. Denn für jeden Spender ab einer Spende in Höhe von 10 Euro geben wir als Stadtwerke Jena nochmal 10 Euro on top. Das heißt, es gibt nicht nur die Jena Crowd, die wir anbieten, sondern eben auch dem Fördertopf der Stadtwerke Jena. Finanzielle Unterstützung für die Umsetzung einer Idee suchen, das ist mit der Jena Crowd ganz einfach. Auf jena-crowd.de muss zunächst ein Projekt angelegt werden. Anschließend werden die freien Felder wie Zielsumme und Projekttitel ausgefüllt. Dann heißt es nur noch Unterstützer finden, die für diese Idee Geld spenden. Mit der Jena Crowd geben die Stadtwerke Jena Vereinen, Initiativen und Machern aus allen Bereichen die Möglichkeit, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. So konnte bereits kurz nach der Gründung der Crowdfunding-Aktion der Saurierpfad am Jensig ergänzt werden. Und auch in Zeiten von Corona konnte über die Crowd ein Mund-Nasen-Bedeckungsprojekt mit fast 20.000 Euro unterstützt werden, um Masken für Jena Ehrenamtliche zu nähen. Ziel der Stadtwerke Jena ist es, guten Ideen und Projekten die Chance zu geben, umgesetzt zu werden. Es ist uns eigentlich wichtig, Anpacker und Ideenhaber hier in Jena und der Region zu unterstützen. Gerade in den Vereinen, in den Initiativen gibt es ganz viel Engagement. Das wollen wir unterstützen finanziell. Deshalb haben wir die Crowd ins Leben gerufen und den monatlichen Fördertopf in Höhe von 1.000 Euro noch zusätzlich hineingestellt. Ganz nach dem Prinzip Never Stop a Winning Team will die Jena Crowd auch in Zukunft die Möglichkeit bieten, tolle Ideen zu realisieren und Macher zu unterstützen. Wer auch ein Herzensprojekt hat oder unterstützen möchte, findet weitere Infos zur Crowd unter www.jena-crowd.de www.jena-crowd.de